Hier präsentieren wir die 5 beste Schnittschutzhosen im Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Profi-Schnittschutz-Latzhose KWF-Latzhose-Schnittschutzhose. Dies sind Schutzdungare aus der Schutzklasse. Erst da wenn Sie sie nur selten eingeben, dann müssen Sie Ihre Funktion gut anbieten. Denn der Bedding-Komfort ist für kurze Einsätze wirklich angenehm. Mit 1,3 kg sind die Hosen nicht so kräftig und passen zusätzlich extrem gut. Doch mit längerem Job kann man ins Schwitzen kommen. Da suchen Sie mit dem SWS-Modell vergeblich nach ausreichender Belüftung. Aber die Chancen sind groß, dass Sie eine Version finden, die zu Ihnen passt. Obwohl die Hose etwas klein ist, lassen die verfügbaren Abmessungen einiges zu suchen. SWS verwendet nicht nur typische Abmessungen zwischen 46 und 64. Für die viel haltbareren unter Ihnen, Hosen sind zusätzlich leicht in Abmessungen für Geschirr 46 bis 64 erhältlich. Und auch für die extrem Großen gibt es noch etwas. Das garantieren die Extralängen 98 bis 100. Nummer 4. Vorku Neuforst Schnittschutzhose Komfort Während viele Sicherheitshosen für den Wohngebrauch meist ein bisschen mehr Dunkel-Andrazit in Dezent-Chic sind, hat die Vorku Hose tatsächlich aufgehört. Eine Nummer Flasch zu arbeiten reiche Neontöne sorgen dafür, dass der Wald nicht sicher ist, dass sie sicherlich übersehen werden. Vor allem in schwach beleuchteten Tagen. Das ist ein klares Plus. Und auch die Handwerkskunst überzeugt. Der Schnitt ist wirklich spickentsparen, so sollte es keine Art von qualitativ hochwertigen Problemen geben. Wirklich, der Komfort dieser Hose ist ziemlich gut. Einer der Gründe dafür ist, dass Sie das Letzchen ohne Gürtel zwicken können. Im Laufe der Zeit kann die Arbeit jedoch ein wenig anstrengend sein, da das Teil mit 1,7 Kilo etwas größer ist als einige konkurrierende Produkte. Der Preis ist zusätzlich hoch für Hose der Klasse 1. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Feiner Schnittschutzhose Klasse 2 24 Meter Sekunde. Damit wirklich effektiven Kraftstoffsägen, typische Motorsägeschutzhosen nicht mehr halten können. Die Beispiele Schutzkurs 1 bieten nur Sicherheit bei Geschwindigkeiten von etwa 20 Metern pro Sekunde. Der Gladiator II hingegen entspricht der Verteidigungsklasse 2. Das zeigt an, dass man auch bei Kettengeschwindigkeiten von bis zu 24 Metern pro zweite Abschirmung abgeschirmt ist. Unabhängig von dieser verbesserten Sicherheitsstufe müssen Sie sich nicht um komfortschonende Probleme kümmern. Auf der anderen Seite werden Sie mit dem Gladiator II wahrscheinlich oft vergessen, dass es sich tatsächlich um spezielle Geräte handelt. Durch die Tatsache, dass das Tragen wirklich ein Genuss ist, die geniale Mischung aus Polyamid und auch Elestern sorgt nicht nur für eine bequeme Passform, sondern lässt zusätzlich die Arbeit wirklich einfach erscheinen. Die Hose betrachtet einfach 1,2 Kilogramm, viel weniger ist selten machbar. Nummer 2. Oregon 295 397 Ucon Schnittschutzhose Während verschiedene andere Hosen nur die Front bedecken, nutzt dieses Design sozusagen eine Rundumverteidigung der Ucon steht für Beinschutz Typ C, so ist auch der hintere Beinbereich gegen Kettensägen abgeschirmt. Wenn Sie sich ärgern, dass Ihre Säge selbstständig werden könnte, sind Sie mit der Ucon Hose auf der sicheren Seite. Und auch die gefallenen Blätterhose überall viel Gebrauch. Die Kleidung ist eigentlich angenehm. Die Hose ruht wirklich wie eine. Wenn Sie beabsichtigen, diese Erfahrung noch weiter zu verbessern, schlage ich Ihnen vor, ebenfalls Hosenträger zu kaufen. Und die Nummer 1 unserer Liste. Stil Schnittschutzhose Funktion Universal Bundhose Alle Größen Diese Hosen des Verteidigungskurses 1 zeichnen sich durch eine eigentlich hochwertige Qualität aus. Die Verarbeitung ist praktisch hervorragend, so dass der Nutzungskomfort wirklich komfortabel ist. Nur das Gewicht braucht einige, um verwendet zu werden. Mit 1,7 kg ist das Feature Universal einer der schwereren Agenten seiner Art. Wenn Sie es tatsächlich genutzt haben, danach länger an gemütlichen Tagen zu funktionieren, ist keine Sorge. Dafür sorgt zum Beispiel das wirklich zuverlässige Lüftungssystem, so schwitzt man kaum. Beim Kauf würde ich Sie sicherlich ermutigen, eine Dimension größer zu bestellen. Typischerweise sind die Stilhosen in dieser Kollektion ein wenig klein. Die Stilfunktion Universal ist eine nahezu ausgezeichnete Hose für den Freizeitbereich. Und auch die Kosten tragen dazu bei. Diese Version ist kein großes Schnettchen, aber bot die Qualität, die es tatsächlich wirtschaftlich ist. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.